So, und es geht weiter mit Singularity, ja. Äh, äh, da. Ah, nein. Ein Fluss, nein, ein Fluss nicht, äh, ein, 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 ein. Ich brauch Sauerstoff. Ach, zeigen Sie mir jetzt. Ah, ja. Okay, Geschwärtsschub. Ah. Da könnt ihr auch sehr viel drin. Oh mein Gott, da hab ich mich jetzt. Oh, fuck. Forschungsanrichtung Kortauer-Gerz. Warum? Warum? Warum wechseldeck? Achso, ne, 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 ne. Fuck, 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 ich will hier nicht. Oh nein. So. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Ich hab keinen Bock drauf. Nicht jetzt. Das ist so scheiße hier. Warum? 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 Warum so? Wo ist denn der? Waffenschrank, ja, okay. Oh mein Gott. Waffentechnologie, yeah. Okay, das jetzt. Zu. Gut. So, guck mal, was hier ist. Äh. So. Kann man die auch ausrüsten? Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir die Kira. Nehmen wir mal die ausrüsten. Können wir die eigentlich auch... Ähm. Was kann man denn machen? Schaden der Waffe. So. Okay. Mach auf. Vorsicht! Die Strahlung, die die Singularität vorgesetzt hat, hat die Leute, die hier lebten, mutiert. Halten Sie die Augen nach Ihnen offen. Hm. Guter Tipp. Sehr guter Tipp. Bringt mir voll viel. Dieser Tipp. Der ist... ...sehr wichtig. Kein Bock hier. Man sieht hier schon... ...ne? Wo geht sie aber lang? Hm. Wo geht sie lang? Hallo? Oh, was ist hier? Ist das vielleicht der... Ne, das kann nicht sein. Was ist das hier für'n... Ah, hier. Lauf, los, schnell. Also. Ich... ...ne... ...ne. besser. Wir waren zu zwölf. Wir suchten Schuss in einem Lagerhaus in der Nähe, als die Singularität explodierte. Aber dann haben uns diese Dinger gefunden. Jetzt sind wir nur noch zu drehen. Wir müssen von dieser Insel runter. Ja. Wasser Munition, aber ansonsten nichts. Windheit wird gespeichert, das kann nichts Gutes bedeuten. Scheiße. Komm, stirb. Noch einer hier. Gibt mir Menschen Damage. Meine Güte. Komm nachher an. Was hatten wir? Ne. S4 war... Was waren sie eigentlich? S4. Pumpe? Sniper? Keine Ahnung. Oh mein Gott, damn. Okay, hier ist nichts weiter. Weiß nicht so. Ne, ist mir zu vernünftig. Mach hier mal so. Ich weiß ja nicht. Am besten eigentlich nur in der Ecke bleiben und nichts mehr machen. Schau mal. Springer schlägt Bauern. Aber Läufer nimm keinen König. Tut mir leid, Pavel oder Pavel oder... Ja. Wir sind die Monstern los. Von der Fildericht haben sie einfach das Interesse an uns verloren. Wir sind jetzt sicher. Aber wer hat sich die Küche verdreht? Womöglich sogar gebrochen. Wir bleiben heute Nacht hier. Zum Glück gibt es in unserer kleinen Zuflucht ein Schafspiel, der den Wodka fordert. Was ist die zu Hause denn? Gut, eine kleine Aufnahmeshop. Also bis gleich. So und da sind wir wieder und... Ich muss mal gucken, wie man die erste Hilfenpäckchen wieder benutzt. Ich war mir völlig... Ich weiß nicht mehr was. Modition. Modition Hammerfall. 99. Und... Zack. DRECKS FIE. DRECKS FIE. DRECKS FIE. DRECKS FIE. DRECKS FIE. DRECKS FIE. Es ist so... Nee. Ich merke es jetzt schon, das sieht man ja. Aber ich will da noch nicht rein. Nein. Schade. Schade. Ja okay, jetzt müssen wir da rein. Mach mal auf. Hüah. Hüah. Das ist vielleicht ein Fehler gewesen, oder? Hihi. So. Noch einer. Oh. Was? Wie? Was? Was? Die... Die... Bitte, hallo? Geht's noch? das ist sichtbar Pumpe wäre vielleicht doch besser gewesen hoch, hallo voll, alles voll so ich hoffe das war es jetzt oder auch nicht meine Maus macht das auch alles liegt im Zwischenweg muss da nicht sein oh mein Gott das bringt mir hier nichts wenn ich über AR9 brauche ich AR die Kammer die sie suchen enthält ein Gerät das ZMG Doktor Barisov, einer der Wissenschaftler die hier in den 50er Jahren arbeiteten hat es auf dem Film schill was macht oh fuck was für sowas okay 12 Schuss ist schon mal was ganz gutes nicht jetzt habe ich 12 Schuss habe ich jetzt schon oh mein Gott okay okay freien wir uns noch mal so wie zu viel Technologie ist hier meiner Meinung nach so das nehmen wir auf und das so und ab hier oder wie es weiter geht seht ihr habt nicht Spot also dann bis später Leute Tschau Vielen Dank.